So, was war's das jetzt hier? Was schießt ihr auf uns? Der ist aber sehr optimistisch, ey! Dass der von unten ausschießt, ich seh den nicht mal! Mach ich auch mal, guck mal, wenn ich ihn treffe! Man trifft da gar nichts mit, der ist aber sehr optimistisch! Okay, es tut mir ja leid, aber ich muss sich jetzt mal erledigen! Der hat immer noch den Mut, auch noch zu schießen! Ach, da unten ist mir das Ende! Ah, so, ich dachte, der ging hier ganz tief runter, aber... Ja! Geht es halt doch nicht! Wieso? Interessant ist das Areal hier! So, Abwechslung! So, dann müssen wir mal wieder nach oben, gucken, ob hier noch was ist! Dankeschön! Wenn ihr aufpassen, muss ich aufpassen, dass ich die Unterfalle! All die immer in der Klasse zu knarren, natürlich! So! Hab ich hier aufgemacht! Orbitale Station auf ressourcen Asteroid CETA errichtet! Container Zugangstür! Eindämmungs... Eindämmungs... Kran... Steuerung! In orbitaler Position! Ja, das ist natürlich eine doofe... Eine doofe Trennung, ne? Hätte man einfach dann den Kran und dann die Steuerung nach unten ziehen sollen, aber hatten wir schon mal das Thema von wegen Trennung und so... Huch! Weider, ich hab'n grad gehört! Aber... Machen die eigentlich, was meint er eigentlich? Verrückter Typ! Huch! 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 Ahhh! Er hört auch zu... Huch! Oh Gott! Huch! sie dachtest du auch das würde unbemerkt bleiben wir hier so ein ballern nur ob es hin aber hier hätte man die einfach so ein fliegen können mehr zu eng war nicht müssen noch in rein ein hier aber jetzt können wir hier los wir noch mal warten so da geht es ab das lasst das lasst das mein lieber lasst das schön dass sie mit tommy airlines geflogen sind ich wünsche ihnen einen angenehmen tag und sie haben sich auch einen angenehmen tag weißt du ja ich helfe dir mal ein bisschen mal abstürzen ja tommy airlines ich danke ihnen für ihr vertrauen ok jetzt aber hier fällig und so jetzt hier lang hier auch so ein ding hier wo ich rein muss oder was und auch gar kein neues mehr ja wir werden beobachtet war auch nicht verwunderlich so rum wir ballern hier hätte erst einmal geglaubt dass wir nur mehr bleiben ich weiß wenn ich wissen naiv wir sind immerhin mit einer hauptstadt von dem das wäre der hauptturm und die redet was davon von wegen wir denken was heute von von wegen mehr bleiben ja hier übersetzer übersetzer weiter auch drücken aber wachsam bleiben aber doch das doch gleich ja wenn ich jetzt braucht hat das zu lesen da wäre ich schon längst dran tot geworden gewesen aber wieder die Szenerie hier warum zeigt er uns das denn nicht wir wissen doch dass er gefangen wurde meine Güte und dann den er Ne, so nimm ich mein lieber, nimm ihn nicht, erwischt, mit deiner Granate, das war doch mal ein guter Anschluss zur Abwechslung. Ich hab natürlich keine Munition mehr, mal klar, also wir müssen irgendwie da jetzt rein, kann das sein? Wollen wir es mal nicht, aber trotzdem mit als Seele, lass halt keine Seele um und rum liegen, lieber Darksiders, ja so. Ah, Transport im Gange. So, mal gucken wo es hier hingeht. Okay. Warnung, Drohner Plasma Ausschluss, Organische Einheiten müssen, kann man verlassen. Nach oben war Hanech, ja? Das war und irgendwas Schlimmes passiert. Wir werden gerade wegtransportiert. So, was ist hier auf diesem, was ist hier auf dem Ding? Ja, habe ich irgendwann auch gerade was gesehen hier. Was ist denn, Herr? Hör, wieso bist du ja gerade weggeflogen? Helf dir mal! Du hast dich angesorgen, ne? Guck mal, da ist dein Freund, ich helfe dir mal. Oh ja, hör, 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 hör. So, und noch wer? Da oben ist du. Unter mir? Uh, das war knapp. Uh, das ganze Anzeige verformt. Hu! Form 2! Wann weh was hier? Und noch was hier? Was ist das hier eigentlich? Wollen wir denn hier hochkommen? Wann ist das irgendwie für Sinn, dass es hier dieses Ding hier oben gibt? Ahja, das wird überschädigt, der überschädigt uns, seid auf, also nicht lang. Ich weiß auch nicht, irgendwas an den Weg zu geben, ich nutze dieses Portal. Okay, dann werden wir mal dahin durchfliegen. Wollen wir mal, ne? Wollen wir mal gucken. Was ist hier? Hier, nur Munition? Okay. Okay, irgendwann geht's auch noch weiter. Ich hab keine Ahnung, wo ist hier, wo wir grad sind. Wie gesagt, ja, sieht eigentlich ein bisschen komisch aus. Ah, warte mal. Nein, 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 nein. Oh, ich hab mich so gesehen. Jo, voll erwischt, hä? Voll erwischt den Typen. Boah, das ist etwas. Ich weiß nicht mal, ob das ein Typ ist. Keine Ahnung. Hä? Was muss ich jetzt machen? Ach so. Ah, ich will's dir. Ja, ganz slow. Nur mal hier. Ganz slow. Aktion. Boah. Boah. Interessant. Hier müssen wir einmal den erledigen. Ähm. Voll uns erledigt. Da sind wir in einer obersten Gesetze. Viel schneller als wir es hatten. Haha. Äh, hier ist eine Seelenbrücke. Oder sehen. Geht hier weiter. Ähm. Oder nicht. Die sollen da hinkommen. Oder da hoch. Keine Ahnung, wie es jetzt hier weiter aussieht. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Hat ein Kraftfeld auch durchgehen können? Einmal ist er ziemlich nett. Und ihm hier eigentlich. Hat ihm nicht wirklich was gebracht, hä? So, muss er halt das deaktivieren. Okay, dann war's das jetzt schon. Besetzen wir mal. Was geht denn hier? Turmbelüftungsdeck 0244. Okay, gehen wir mal hin zu dem Belüftungsdingen, ja? Okay. Impressive. You are different. Ja, wir sind ja anders. Wir haben ja mal kurz erledigt das Ding. Da oben war der. Aber ich habe mich eben doch so nicht als Seelengestalt schon nicht verguckt. So, machen wir das Ding mal an, oder? Ach wozu eigentlich. Keine Ahnung wozu, was wir machen sollten. Ich weiß ja auch nicht. Was? 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 Das wäre das, warum sie nur ein paar Leute abduft, eher als alle uns? Genau. Sie nehmen nur was sie brauchen, als sie passen. Wenn sie zurückkommt? Ich glaube nicht, dass sie weg sind, Art. Sie sind noch hier? Oh, ja. Die legenden sehen, dass sie für einige Monate bleiben, und manchmal Jahre. Sie nehmen, als sie brauchen, bevor sie weiter nach dem nächsten Welt. Du hörst es hier, Leute. Bleib deine Türen und Fenster lockt, wenn du irgendwelche lustige Lichter siehst. Von der High Desert, das ist Art Bell. Ah, ja. Das heißt, ihr kommt immer wieder, und ja, erntet auch mal wirklich nur das ab, was wir brauchen. Ja, also, es ist keine Invasion in dem Sinne, sondern wir sind wirklich nur da rum, von wegen wir brauchen was zu futtern, oder halt als Krieger. Haben wir ja beim anderen, in der anderen Festsequenz gehört. Und ja, sind somit auch eure Umgebung darauf gekommen. Laut alten Legenden kommen die immer wieder, und, ja, entführen ein paar, damit sie dann entsprechend, äh, ja, sicher halt entsprechend dann, ja, nicht verhungern, so sinngemäß. Ich sehe ja gerade die Waffe jetzt erstmals richtig, beobachte ich mal richtig, wie die lebt, ja. Da ist auch so ein Krabbeltier drin, so ein, was wir auch als Granate nutzen, ja. So ein ähnliches Vieh. Ich finde das wirklich cool, dass die Waffen leben, irgendwie, ja. Du hast nichts für mich. Ja, das ist ja doof. Habe ich auch noch komplett, aber immer noch nicht gebraucht. Sieht gerade immer mit anderen Waffen rum, kann das sein? Ja, wir mal gucken hier, wo geht's jetzt weiter? Okay. Okay. Ah, ich weiß dir. wie, ah, ich weiß. Ja, der Eisner. Hallo, einmal erwischt. Ja, komisch Dinger, ey, was denn, was für ein Zeug ist? Keine Ahnung. Das hier kann ich nicht so anfangen, gerade eigentlich. Was ist das? Augen sind nicht gut. Ich verstehe. Da sitzt einer und der Warten ist offensichtlich. Turbina Guy Relay Station 64. Ah ja. Wollte der denn? Wo ist der jetzt hin? Abgehauen. Hat das gar nicht mitgekriegt, dass wir durchgelaufen sind. Die waren so getarnt. Was kann man denn hier? Was kann man denn hier? Was kann man denn hier schönes? Oder unschönes? Was soll das sein? Wir sind ganz hoch. Wo sind wir? Wollte irgendwie identifizieren, wo wir sind? Ne, sieht nicht so aus. Au. Er schreckt mich immer, ey. Er schreckt mich total. Dann ziehe ich immer meine Maus immer weg. Schrecklich. Er ist wirklich schrecklich. Er ist wirklich schrecklich. Ah, was wollen die denn? Er ist wirklich schrecklich. Er ist wirklich schrecklich. Ich bin ein bisschen unerwarteter Sachen hören, der Zug ist sofort zusammen. Bin eine total schreckhafte Person leider. wir erwischt wollte uns auch und wollte uns erledigen jetzt hier gemacht alles deaktiviert oder aber es ist dunkel jetzt hier geworden ja ich hab am anfang muss ich da sich die noch besiegen kann in der schattenwild aber jetzt hat es geklappt ja vor derzeit habe ich schon an wir sollten lieber eine stack waffen nehmen die zum beispiel ich sehe immer noch nix so und hier oh nein haben ganz übles gefühl hier weil diese teile sind meistens symbol dafür dass gleich irgendwie was kommt von der seite ok dann wollen wir uns mal ausrüsten ich muss ja die nehmen und die könnte auch noch uns an arsch retten keine ahnung wir haben das wieder hingekriegt weil wir diese waffe hatten die einfach sehr geil ist hier ist ja nicht wie das portal ok das war eh immer noch nicht da dieses ding oder sowas erwischt ok hier rein ne das war mit dem level ja das war mit dem level und ich denke das war auch diese aufnahme session ich mache mich hier und schluss ich hoffe ihr hattet ja viel spaß weg das feedback und damit bis nächsten mal